Passagierflugzeug entführt Terroristen haben ein Passagierflugzeug entführt und zur Landung auf dem Flughafen eines Wüstenstaates gezwungen. Die Terroristen haben Passagiere und Besatzung als Geiseln genommen. Eine Geisel hat eine Schussverletzung erlitten. Bis auf die Anweisung, das Flugzeug zu betanken, wurden bislang noch keine Forderungen gestellt. Offenbar wollen die Geiselnehmer mit der Maschine ein noch unbekanntes Flugziel erreichen. Verhindern Sie, dass die entführte Maschine wieder startet. Nehmen Sie alle Geiselnehmer fest oder schalten Sie sie aus und bewahren Sie dabei das Leben der Geiseln. Was gibt, bin unterwegs. Bin unterwegs. Ja, bin unterwegs. Schon unterwegs. Führe. Schon unterwegs. Was gibt's? Schon unterwegs. Aufgepasst. Hier müssen wir vorsichtig sein. Ja. In der Nähe des Flugzeugs. So, du gemacht. Wir müssen uns keine Fehler leisten. Ja. Schon unterwegs. Ja. Wird gemacht. Wird gemacht. Schon unterwegs. Zurückziehen. Führe. Ja. Wir sind zu nah dran. Zurückziehen. Bin unterwegs. Führe. Was gibt's? Zu Befehl. Zu Befehl. Führe. Schon unterwegs. Wir sind zu nah dran. Zurückziehen. Roger. Was gibt's? Schon unterwegs. Führe. Die Wachen sind weg. Auf dem Weg. Führe. Schnell zugreifen. Bevor die Terroristen merken, was los ist. Zu Befehl. Führe. Hin unterwegs. Hin unterwegs. Zu Befehl. Führe. Hin unterwegs. Führe. Hin unterwegs. Habe verstanden. Habe verstanden. Höhre auf dem Weg in Arbeit. Höhre. Hin unterwegs. Wir können den Anführer des Karolges. Diesen Obersicht finden. Im Kopfwissen steht eine Bodenflücke auf dem Platz. Schnell unterwegs. Suche ein Leid. Höhre. 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 Auf dem Weg. Ja. Hin unterwegs. Ja. Hin unterwegs. Ja. Wird erledigt. Auf dem Weg. Ja. Hin unterwegs. Hin durchgefühlen. Schon unterwegs. Bin unterwegs. Schon unterwegs. In Ordnung. Betankung des Flugzeugs abgebrochen. Schon unterwegs. Was gibt's? Ja. Wird umgehen durchgeführt. Höhre. Wird gemacht. Ist denn Arbeit? Was sind immer da? Der Handwerk. Ist das ein Zünder? Oh nein. Zu spät. Damit sind alle Geiselnehmer außer Gefecht. Das haben sie gut gemacht. Sie haben alle Opfer in die Rettungsfahrzeuge gebracht. Sehr gut. Höhre. Auf dem Weg. Wird umgehen. Schutzen. Das haben sie gut gemacht. Sie sind überlegt vorgegangen, haben die richtigen Entscheidungen getroffen und sie haben den ganzen Einsatz über einen kühlen Kopf bewahrt. Ich wüsste nicht, was sie an ihrer Leistung noch verbessern könnten. Sie sind überlegt. Jesu14-